Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Savory Nuggets Video. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Turbinen von Wasserkraftwerken. Insbesondere werden wir uns die Laufräder von Wasserkraftturbinen ansehen. Wir werden den Kaplan-Typ, den Francis-Typ und den Pelton-Typ kennenlernen. Es werden einige ihrer typischen Anwendungen vorgestellt. Es wird gezeigt, mit welchen Drücken bzw. Fallhöhen und welchen Volumenströmen diese Turbinen arbeiten und was die Gründe dafür sind. Wir werden kurz auf Dinge wie Impuls- und Reaktionsturbinen eingehen und lernen, was die Begriffe Impuls und Reaktion bedeuten. Bevor wir jedoch in das Video einsteigen, muss ich betonen, dass die Begriffe Turbine und Turbinenlaufrad oft synonym verwendet werden. Ich mache das selbst auch manchmal. Wenn man über eine Turbine spricht, meint man normalerweise das Turbinenlaufrad und alle Teile, die weiter zur Turbine gehören, damit sie funktioniert. Das sind das Turbinengehäuse um das Turbinenlaufrad herum, Leiteinrichtungen, Wellenlager und so weiter. Das Turbinenlaufrad ist die Kernkomponente einer Turbine, die die mechanische Leistung als Drehmoment an der rotierenden Welle liefert, die dann in den Generator übertragen wird. Der Generator wandelt diese mechanische Leistung in elektrische Leistung um. Aber lassen Sie uns jetzt über die Kaplan-, Francis- und Pelton-Turbinen sprechen. Dies sind die drei häufigsten Arten von Wasserkraftturbinen, denen Sie wahrscheinlich begegnen werden. Es gibt auch andere Typen wie Querstromturbinen, aber diese anderen Typen kommen nur in Nischenanwendungen vor. Die drei Typen, die Sie in der Wasserkraftindustrie insbesondere bei großen kommerziellen Anwendungen finden, sind die Typen Kaplan, Francis und Pelton. Aber warum gibt es drei Typen von Turbinen in Wasserkraftwerken? Der Grund dafür ist, dass keine der drei Turbinenbauarten für alle Anwendungen geeignet ist. Wenn wir uns hier diese kleine Grafik ansehen, können wir uns die Zusammenhänge verdeutlichen. Wir sehen hier farblich gekennzeichnet die Einsatzbereiche der verschiedenen Turbinentypen. Auf der Y-Achse haben wir die Fall- oder Kopfhöhe, also den Niveauunterschied zwischen dem Ober- und Unterwasser in Metern. Auf der X-Achse haben wir den Volumenstrom, auch Durchsatz genannt, der in Kubikmetern Wasser pro Sekunde gemessen wird. Beachten Sie bitte, dass die Achsen logarithmisch, also nicht linear, geteilt sind. Im Diagramm sieht man einige 3D-Modelle von Turbinenlaufrädern, die in bestimmten Bereichen des Diagramms platziert sind. Diagonal von links oben nach rechts unten sehen wir gepunktete Linien. Diese zeigen die Turbinenleistung in Megawatt an. Die gestrichelten Linien deuten also an, wie viel Strom wir mit den verschiedenen Arten von Wasserkraftturbinen erzeugen können. Schauen wir also jetzt genauer hin. Am unteren Rand des Diagramms haben wir eine horizontal ausgerichtete Kaplan-Turbine. Eine Kaplan-Turbine sieht einem Propeller sehr ähnlich. Man kann bei einer Kaplan-Turbine die Steigung, d.h. den Anstellwinkel der Turbinenschaufeln einstellen. Durch das Verändern des Schaufelwinkels bzw. der Steigung können wir die Turbine an verschieden große Volumenströme anpassen und die erzeugten Strommengen regulieren. Horizontale Kaplan-Turbinen werden für sehr niedrige bis ziemlich hohe Durchsätze verwendet. Wie in unserer Grafik zu sehen ist, geht das bei dieser Art von Turbinen von etwa 1 m³ pro Sekunde bis etwa 200 m³ pro Sekunde. Darüber hinaus können wir, wenn wir hier rüber schauen, eine Fallhöhe von bis zu 30 m³ nutzen. Die Fallhöhe ist der Höhenunterschied zwischen dem Ober- und dem Unterwasserniveau, das sich im oberen bzw. unteren Becken befindet. Das gilt für Kaplan und Francis-Turbinen. Bei Pelton-Turbinen ist es die Höhe zwischen dem Niveau im oberen Becken und dem Einbauort der Turbine. Es wird deutlich, dass die horizontal ausgerichtete Kaplan-Turbine einen recht eingeschränkten Bereich bezüglich der Fallhöhe hat, mit dem man arbeiten kann. Die grün gepunktete Linie endet hier, das ist ziemlich weit unten im Diagramm. Wenn wir eine vertikal ausgerichtete Kaplan-Turbine wie diese hier verwenden, können wir mit größeren Fallhöhen arbeiten. Dabei können wir auch viel größere Volumenströme bis zu 1000 m³ pro Sekunde verwerten. Im Allgemeinen werden Sie den horizontal ausgerichteten Typ in Fluss- oder Gezeitenkraftwerken finden. Das sind Anwendungen, bei denen man sehr große Volumenströme bei vergleichsweise geringen Fallhöhen hat. Die Anwendungsmöglichkeiten für eine vertikal ausgerichtete Kaplan-Turbine sind größer. Aber Sie werden feststellen, dass sich dieser rote Bereich ziemlich stark mit dem blauen Bereich überschneidet. Das bedeutet, dass wir sowohl eine Francis-Turbine als auch eine vertikal ausgerichtete Kaplan-Turbine einsetzen könnten. Es hängt jedoch von der Anwendung und davon ab, welche Turbine für diese spezielle Anwendung am effizientesten ist. Sie sehen, dass Francis-Turbinen über einen großen Durchsatzbereich und auch über einen großen Fallhöhenbereich einsetzbar sind. Sie sind also für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Aus diesem Grund können die Schaufeln von Francis-Turbinen-Laufrädern sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem für welche Anwendung sie konstruiert wurden. Sie können ziemlich breit und dünn sein oder fast quadratisch sein. Die Geometrie des Francis-Laufrades hängt von der Fallhöhe und vom Volumenstrom ab, mit dem es betrieben wird. Das Besondere an Francis-Turbinen ist die Tatsache, dass sie sowohl als Pumpen als auch als Turbinen verwendet werden können. Deswegen können wir sie in einem sogenannten Pumpspeicherwerk einsetzen. In diesen Wasserkraftwerken kann Wasser von einem oberen Reservoir in ein unteres Reservoir fließen. Dabei wird Strom erzeugt. Es kann aber auch umgekehrt Wasser, unter Aufwendung von Elektroenergie, aus dem Netz wieder nach oben gepumpt werden. Diesen Zyklus kann man ständig wiederholen, je nachdem ob Strom benötigt wird oder ob Stromüberschuss im Netz vorliegt. Wann haben wir Stromüberschuss im Netz? Nun, stellen wir uns für einen Moment vor, es ist sehr sonnig und es ist sehr windig. Dann werden alle erneuerbaren Energiequellen viel Strom erzeugen und ins Netz einspeisen. Wir können einen Teil dieser Energie direkt verbrauchen, aber eben nur so weit, wie der Bedarf vorhanden ist. Der Überschuss an Elektroenergie muss gespeichert werden. Eine gute Lösung dafür sind Pumpspeicherkraftwerke. Wenn diese Wasserkraftwerke sinnvoll eingesetzt werden, verbrauchen wir den Strom, wenn er günstig ist und wir erzeugen den Strom dann, wenn er im Stromnetz nachgefragt wird und er mehr Geld kostet. Und so machen wir einen Gewinn, kaufen zu einem niedrigen Preis und verkaufen zu einem hohen Preis. Francis-Turbinen werden jedoch nicht nur in Pumpspeicherkraftwerken eingesetzt, sie werden auch in Staudamm-Wasserkraftwerken verwendet. Wir können sehen, dass Francis-Turbinen in Bezug auf ihre Leistung in Megawatt in Richtung der rechten oberen Ecke des Diagramms für sehr große Leistungen pro Turbine von mehr als 500 Megawatt verwendet werden können. Wenn wir uns dagegen unsere Kaplan-Turbine ansehen, erzeugt diese viel weniger Strom pro Einheit. Wenn wir diese Linie von 50 Megawatt verfolgen, können wir sehen, dass der vertikal ausgerichtete Kaplan-Läufer bei nur knapp unter 50 Megawatt liegt, wohingegen ein einzelner Francis-Läufer eine elektrische Leistung von mehr als 500 Megawatt haben kann, was gigantisch ist. Wenn wir hierher gehen, haben wir den markantesten Wasserkraft-Turbinenläufer, dem Sie wahrscheinlich begegnen werden. Er hat sehr seltsam geformte Schaufeln. Das ist das Laufrad einer Pelton-Turbine. Beachten Sie, dass es in der oberen linken Ecke des Diagramms auch für Hochdruckanwendungen mit ziemlich hohen Volumenströmen verwendet wird. Der entscheidende Faktor für die Anwendung von Pelton-Turbinen ist jedoch die sehr große Fallhöhe. Im Gegensatz zu den Wasserkraft-Turbinen vom Kaplan bzw. Francis-Typ gibt es bei der Pelton-Turbine keinen Gegendruck am Turbinenaustritt. Die Fallhöhe von Pelton-Turbinen erstreckt sich vom Niveau im Oberbecken bzw. im Oberwasser bis zur Pelton-Turbine selbst. An diesem Punkt wird das Wasser über eine oder mehrere Düsen gegen die Schaufeln des Pelton-Laufrades gespritzt und es ist der Impuls des an der Düse austretenden Wassers, der auf das Rad übertragen wird. Dadurch wird das Rad in Rotation versetzt. Das Wasser tritt in das Gehäuse der Pelton-Turbine aus, in dem Umgebungsdruck herrscht. Es handelt sich also um eine reine Impulsturbine. Die Francis- und die Kaplan-Turbinen sind dagegen Reaktionsturbinen und daher von der Definition her Druckturbinen. Vom Ober- bis zum Unterwasser gibt es einen durchgehenden Wasserstrom, der auch beim Durchströmen des jeweiligen Laufrades nicht unterbrochen wird. Tatsächlich ist es die Druckdifferenz, die entsteht, wenn das Wasser über die Turbinen-Laufradschaufeln strömt, die das Laufrad in Rotation versetzt. Bei der Pelton-Turbine passiert das nicht. Wir spritzen das Wasser einfach aus der Düse und richten es auf die Schaufeln und dadurch dreht sich das Pelton-Rad. Eigentlich ein ganz einfaches Konzept, wenn man es genau betrachtet. Da Pelton-Turbinen für einen effizienten Betrieb so große Fallhöhen benötigen, muss man ein ziemlich bergiges Gelände haben, um so eine Turbine nutzen zu können. Länder wie zum Beispiel Norwegen sind für den Einsatz von Pelton-Turbinen und Francis-Turbinen gut geeignet und deshalb wird in Norwegen ein erheblicher Teil des Stroms aus Wasserkraft erzeugt. Norwegen gehört damit zu den Gewinnern der geografischen Standortlotterie, weil es Unmengen an Öl und Gas hat, die es nicht braucht und in andere Länder verkaufen kann. Die Norweger haben jede Menge Wasserkraft, um alle ihre eigenen Anforderungen zu erfüllen und wenn sie zu viel davon haben, können sie es an ihre schwedischen Nachbarn verkaufen. Ich hoffe, Ihnen hat dieser kurze Blick auf Wasserkraft-Turbinen gefallen. Vergessen Sie nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn Sie mehr technische Video-Tutorials sehen möchten. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, dann schauen Sie auf Savory.com vorbei. Wir haben über 40 Stunden Ingenieur-Videokurse. Wir decken Themen ab wie Wasserkraft, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik und wir haben noch ein bisschen Klima- und Chemietechnik dazu gemischt. Wenn Sie dieses Video in sozialen Medien teilen oder Ihren Freunden von diesem YouTube-Kanal erzählen möchten, freuen wir uns sehr darüber. Und ich hoffe, Sie bald bei einem anderen Video wiederzusehen. Tschüss für heute.